offline first das ist der grundsatz der software obsidian obsidian ermöglicht es markdown dateien in einem verzeichnis auf sehr komfortable art und weise zu verwalten das was man im hintergrund sieht ist meine persönliches obsidian mit einer persönlichen so genannten obsidian wollt mit meinen lieblings notizen diese daten gehören mir ich entscheide wohin sie gespeichert werden und niemand sonst wenn dich obsidian interessiert dann sehen wir uns gleich wieder ich habe verschiedene experimente gemacht ich habe not benutzt ich habe evernote benutzt ich habe cherrytree benutzt ein anderes meiner videos zeigt wie man notizen mit cherrytree anlegen kann irgendwann bin ich mal auf eine andere idee gekommen nämlich notizen mit obsidian wenn dich videos dieser art interessieren bitte lass ein like und subscribe da du kannst auch die glocke anklicken das kostet dasselbe dann kriegst du immer eine benachrichtigung so wir kommen zu dem inhalt dieses videos es geht um obsidian es gibt verschiedene möglichkeiten wie man obsidian unter linux starten kann ich habe obsidian als image installiert und wenn ich obsidian jetzt hier starte dann wird mir das angezeigt was ich zuletzt benutzt habe welche verschiedenen feinheiten es gibt das erfährst du im weiteren verlauf dieses videos das ist die homepage von obsidian man findet sie unter obsidian dot md und obsidian beginnt gleich hier die software anzupreisen mit der angabe a second brain for you forever obsidian is a powerful knowledge based on top of a local folder of plain text markdown files da ich hier unter linux bin hat das intelligente system hier offenbar erkannt dass ich ein linux image gebrauchen könnte ansonsten gibt es obsidian für windows mac os linux als snap paket linux als flatpak paket und es gibt obsidian für apple ios und für google android an google play es ist also eine multiplattform software hier sehen wir bereits verschiedene sachen die obsidian hier so schön bewältigen kann ich kann hier verzeichnisse anlegen dateien anlegen und kann in diesen dateien auch links anbringen das ist so die kernfunktion von obsidian ich kann dateien miteinander verlinken ich kann sie aber auch mit einem text system miteinander verbinden und ich kann das ganze noch in diesem sogenannten grafen auch noch grafisch darstellen am anfang ist natürlich obsidian leer ich kann jetzt hier einen ordner als fort öffnen oder einen neuen volt erstellen oder ein hilfe es gibt ein hilfesystem das nennt sich hier hilfe wort das eine eine demo wort die sieht jetzt dann so aus changes you make in this world will be lost man sieht hier wie obsidian aussieht wenn obsidian hier schon mal eine zeit lang benutzt wurde wenn es voll ist also ich kann hier links drin verwenden einfügen ja ist ja gut geweck und es wird mir hier angezeigt welche verlinkten erwähnungen es da gibt obsidian hat sehr viele besonderheiten sehr viele extras möchte ich sagen sehr viele einstellungsmöglichkeiten wie man hier sie ich kann hier verschiedenste erweiterungen installieren sogenannte plugins es gibt hier externe erweiterungen dazu muss man den sicheren modus ausschalten dann hat man sogenannte community erweiterungen auch noch die man installieren kann ich möchte mal auf etwas hinweisen was viele hier irgendwie versuchen immer darzustellen wenn es um obsidian geht man kann hier alle notizen und ihre beziehungen veranschaulichen in form dieses filter grafen dieser grafischen ansicht das ist hier eine animierte darstellung und das sind hier so alle notizen die da drin sind wenn ich hier mit der maus drauf gehe sehe ich dann zum beispiel dass bei core plugins verschiedene andere dokumente verlinkt sind wenn ich draufklicke komme ich direkt rein das ist also das dokument core plugins und es enthält hier sehr viele links das ist jetzt mal keine demo wort sondern das ist tatsächlich jetzt meine haupt und lieblings anwendung von obsidian ich sammle alles was mir so in die finger kommt von dem ich glaube dass ich hier später vielleicht noch einmal gebrauchen könnte ich habe hier tägliche notizen man kann den obsidian hier mit kalendern arbeiten wenn ich jetzt am 17 eine notiz ab kann ich meinen kalender hat sich kann immer ein kalender schauen da wo ein punkt ist habe ich eine notiz gemacht wenn ich darauf klicke land ich bei der notiz ich kann hier einstellen die anzahl der wörter so dass wenn eine bestimmte wort anzahl überschritten ist dann habe ich hier zwei oder drei punkte dann sehe ich da habe ich am meisten geschrieben an dem tag super praktisch wenn man ein tagebuch führen will ein projekt tagebuch wie auch immer macht es einem sehr einfach ich mag er meine permanenten notizen ich habe hier ein verzeichnis für meine anhänge für bilder die werden automatisch darin abgelegt dann habe ich hier eine art von automatischen inhalts verzeichnissen und zwar läuft es so ich arbeite hier mit diesen metadaten ein sogenanntes front meter format heißt das hier also es gibt drei bindestriche am anfang drei bindestriche am ende und dann kann man zwischendrin also meter daten einfügen das datum hier tags kann man auch auf diese art und weise angeben und ich habe jetzt hier ein plug-in installiert das nennt sich data view plug-in das zeigt mir jetzt hier zum beispiel automatisch dann alle notizen an die jetzt hier mit obs getaggt sind wenn ich da rein geht sieht man das sind drei code zeilen diese drei code zeilen die ähneln nicht von ungefähr der programmiersprache oder der abfrage sprache sql list from tag obs sort filename asc also in aufsteigen der reihenfolge damit kriege ich sehr einen sehr schönen überblick über meine notizen das habe ich für verschiedene tags wenn ich merke oh ja ich benutze es öfters oder da kommen mehrere sachen zusammen bei obsidian hat sich ja da habe ich noch nicht so viel dokumentiert jetzt hier für mich aber für solche geschichten wie obs da sieht man damit habe ich mich also recht lange beschäftigt was auch möglich ist ist es zum beispiel videos zu verlinken ich kann youtube videos einbetten ja ich habe dasselbe hier für meine youtube videos die ich erstellt habe ich kann hier mit der teilen funktion von youtube dafür sorgen dass mir also live hier auch mein video angezeigt wird wenn ich da rein klicke sieht man dass es also ein iframe link ein eingebetteter link nicht mehr und nicht weniger und seitdem es dieses live preview gibt sieht es wirklich sehr sehr ansprechend aus also was man jetzt hier sieht zum beispiel die formatierten überschriften das kann man übrigens alles anpassen sämtliche farben man kann unterschiedliche themen hier dafür laden also ich kann hier videos einbetten was kann ich noch ich kann aufzählungen anbringen also viele leute die obsidian benutzen die zeigen immer wie toll es ist wenn man alle seine notizen miteinander verlinkt ich mache das eigentlich nicht so gerne dass ich die notizen miteinander verlinke ich arbeite lieber mit diesen tags ich zeige mal mein grafen ist jetzt auch ganz schön gewachsen und der schaut aus wie eine kleine weltkugel das ist schon cool wenn man so viele notizen hat man sieht hier ich arbeite mit tags meine tag tweak zum beispiel der hat so zahlreiche beziehungen zu anderen notizen oder was haben wir hier tutorial ok gibt es nur zwei und bei obs sieht man bei obs da gibt sehr viele notizen mit diesem tag obs es gibt leute die machen das weniger gerne mit tags aber ich muss sagen ich finde tags praktischer als diese direkten links also man kann seine notizen quer verlinken ich mache da eher tags um meine notizen in beziehungen zu setzen und kann sehr gut damit leben vor allem kann ich dann bei wichtigen themen dafür sorgen dass ich hier ein inhaltsverzeichnis erstelle mit links zu waren die notizen jawohl ja schon backlink gibt es jetzt nicht zum index zu index datei das wäre vielleicht auch noch sinnvoll dass man hier direkt zur index datei wieder zurück findet aber ich habe dir jetzt so gemacht man könnte jetzt direkt da ich jetzt jeder index notiz ein index voran stelle irgendwo sich diese index datei auflisten lassen und dann kommt man überall rein wo es eben diese index datei gibt finde ich sehr sehr praktisch also was kann man noch machen außer unmengen an texten und grafiken sammeln also man kann natürlich auch bilder einfügen habe ich da bilder also man kann externe links einfügen das ist ein bild ein stinknormales bild eine png grafik die kann man mit drag and drop einfügen und dann landet die hier wenn man das so einstellt in einem verzeichnis namens anhang dann kann man hier auch code block einfügen mit syntax highlighting also kleine programmschnipsel reinschreiben die dann auch entsprechend eingefärbt werden hier nach der bash syntax das geht auch und dann gibt es hier auch so etwas exotisches wie ein kanban das geht auch also das gute an kanbans ist ich kann hier also zettelchen von spalte zu spalte schieben ich habe ein eigenes video gemacht zum thema kanban für lehrer in diesem video auto kanban für lehrer heißt das in diesem video erkläre ich auch grundsätzlich was ein kanban ist und was das kann und was man damit tut das hier ist die obsidian variante eines kanbans das ist jetzt also ein stinknormales verzeichnis auf meinem pc in diesem verzeichnis sind meine verschiedenen obsidian walls also meine obsidian notizbücher ich habe da drei stück und eines heißt hier also kolossos das ist das was ich gerade hier gezeigt habe in kolossos haben wir unsere täglichen notizen man sieht hier das sind einfache text dateien mit der endung md wenn ich so eine mal öffne dann schaut die jetzt zum beispiel wo ist es so aus es gibt hier nur text dateien mit quellcode darin mit text darin das heißt selbst wenn die firma die obsidian herstellt eines tages das programm nicht mehr anbieten würde hätte ich kein problem damit ich komme immer an meine daten heran kann die auch mit anderen programmen öffnen und weiterverarbeiten das ist der springende punkt offline first das sind meine daten die gehören mir und die gehen sonst keinem was an und ich entscheide wer die sieht und ich entscheide auch wo meine daten abgespeichert werden wie man sehen kann gibt es verschiedene möglichkeiten wie man obsidian verwenden kann und es zeigt sich immer wieder der große vorteil wenn man seine notizen in markdown dateien ablegt dann hat man nichts zu befürchten egal wie die welt sich weiterentwickelt ich habe immer die möglichkeit an meine daten heranzukommen wenn du dich schon mal über cloud dienste wie evernote one note und co geärgert hast und auch mit google nicht unbedingt engere freundschaft schließen willst wenn es um bestimmte dokumente geht wenn du das gefühl hast man sollte seine daten nicht einer anwendung anvertrauen in der man an dem sogenannten login syndrom leidet das heißt wo man seine daten nicht mehr herausbringt wo man also auf gedeih und verderb dem guten willen einer firma ausgeliefert ist wenn du dich befreien willst wenn du dich selbstständig machen willst mit deinen daten wenn für dich immer noch der grundsatz gilt die gedanken sind frei und meine daten gehören mir dann empfehle ich obsidian offline first für dich immer 1 2 3 1 3 2 1 Vielen Dank.